Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Frankreich in Lille-Castellé beim zwölften Rennen der Saison mit, wie ihr seht, der Vertragserneuerung oder Vertragserhandlungen mit dem Teamkollegen und ich habe schon mal nach Österreich gesagt, dass ich mir von Wassel auf jeden Fall für diese Hälfte noch behalte. Er hätte schon verdient auf jeden Fall noch länger als nur diese Saison zu fahren, aber ich will halt trotzdem immer was Neues auch ausprobieren, aber mal sehen. Auf jeden Fall für diese würde ich ihn von haben wollen, aber er muss es auch mit sich zulassen. Also er kann auch von den Kontaktaufnamen ablehnen oder auch das, was ich ihm dann anbiete, auch ablehnen. Also gut, man muss sagen, ich denke schon, dass die Kontaktaufnahme vielleicht ist, ich meine, er ist zweiter in der WM, er hat mit Abstand das deutlich beste Auto und ist ihm das zu gut, dass er gar nicht so will, so ein schnelles Auto, dass er Konkurrenz braucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden versuchen, ihn zu verhandeln. Wenn es nicht klappt, dann keine Ahnung, wen wir dann nehmen. Ich habe mich darum keine Gedanken gemacht, weil ich ja Wassel eigentlich behalten wollen würde, aber mal sehen. Also eigentlich vom Auto her, von den Leistungen, müsste schon mal die Kontaktaufnahme, also müsste sie sich mit sich verhandeln lassen und ich würde da jetzt auch kein großes Risiko gehen. Das ist auch, vor allem, das ist schon ganz schön, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also das kann man wirklich ablehnen. Das kann man auch ablehnen. Das habe ich schon für mich selbst herausgefunden, dass er das ablehnen kann. Aber es ist halt niedriges Risiko. Also daher, ja, das Sinn. Wir werden es einfach machen und wenn er es nimmt, nimmt es an. Wenn er nicht, dann... Er nimmt es an. Sehr gut. Gut, das wäre ein bisschen abgehoben gewesen. Ich meine, das ist das meiste, was wir ihm in diesem Fall anbieten konnten. Okay, dann ähm... Ja, tun wir auch gleich hier und Team Klick hier gleich die beiden Sachen. Zwei Aktivitäten gibt es hier dann für ihn. Ja, uh, das ist gut. Kostensparty. Und dann machen wir da auch ein bisschen Geld. So, zack. Haben wir das auch schon fertig. Jetzt können wir auch erstmal wieder mit Einrichtungen losmachen. Ähm, mit Welfa? Ja, ich würde fast... Ah, nee, es geht nicht. Ah, nee, wir können nur billige Sachen. Auf Trapazierfähigkeit können wir, ja. Dann würde ich das mal jetzt noch eine Arbeit geben schon mal. Und zwar... Die Qualitätskontrolle einfach mal machen, genau. Die werden wir jetzt mal machen noch. Die Qualitätskontrolle schon mal. Und dann... Können wir auf dem Vorsprung eigentlich... Ein Abgeteil soll ankommen von der Trapazierfähigkeit. Das letzte ist aber vielgeschlagen. Also ich hoffe, dass das immerhin jetzt ankommt. Die Vielschlagsrate ist halt von... Nicht... Also ist schon ein bisschen da. Weil es ja nicht ganz so gut ist. Aber mal schauen. Ah, es fliegt aber alles viel. Was ist denn das? Ach, meine Güte. Und das Problem ist, es ist immer so teuer. Wegen Reglementerung... Nee, komm, ich lass es einfach. Das war nur ein Versuch. Viele Ressourcenpunkte aus dem Fenster geschmissen. Aber zum Glück sind das nur dieses, wo nichts mit Performance zu tun hat. Also daher... Ja, komm, ich finde ich auch zu blöd. Soll sogar noch eins ankommen. Das könnte sogar sein, oder? Dass das andere auch noch gleich ankommen soll, wenn es mal ankommt. An den zwölf Tagen, nicht ganz. Das kommt direkt nach Frankreich dann an. Also, ja, ähm... In Klammern kommt an. Also, es kann ankommen. Sagen wir es mal lieber so. Okay, Ereignis. Okay. Anerkennung, Konzentration. Ja, die sollen schon da sein. Vielleicht ist es nicht doof, aber... Konzentration ist immer gut. Podiumsparty... Komm, wenigstens antritt dann nach dem Wochenendeabend. Das wäre doch mal endlich schön. Wenn wenigstens das ankommt. Ah, jetzt ist aber die Qualitätskontrolle da. Jetzt könnte ich erst recht ankommen. Weil jetzt haben wir die Qualitätskontrolle auf Stufe 2. Das heißt, es ist schon mal um 20% verringert. Oder um 10, keine Ahnung. Aber es ist noch mehr verringert jetzt. Da macht es immerhin das letzte. Vielleicht hoffen, dass das immerhin ankommt, wo man... Das wäre ja richtig viel aus dem Wind geschleudert. Ich meine, die waren ja auch noch teuer. Es ist ja nicht so, dass die richtig billig waren wie weniger als 1000 Ressourcenpunkte auf einmal. Das waren ja ungefähr über 2000 oder knappe 2000 oder so. Also richtig, richtig viel. Also das ist jetzt bitter. Aber lässt sich halt nicht ändern. Okay. Gehen wir rein. Und... Mal fahren, was geht. Uh, das Rennen soll sogar regnerisch werden. Das ist interessant. Aber wir werden die Trainings schnell machen. Nur die Ressourcenpumpe wieder. Weil die brauchen wir halt für die Regelmoreänderung. Die werden... Also zu 99,9... Oder zu 99% werden Regelmoreänderungen kommen. Und nur 1% vielleicht, dieses Hoffnung... Nicht. Aber... Ich weiß halt nicht, wie teuer dann die Teile werden, wenn man sie retten muss. Wenn es nicht teuer wird, wo dann... Hat er vielleicht sogar immer noch zu spät angefangen. Das letzte Mal hat es ja geklappt mit diesem... Mal sehen. Äh, es klappt wieder. Was ist denn das hier? Wir haben so viel Glück. Ja, aber das klappt niemals. Äh, als wenn das klappt jetzt. Äh! Was zum? Wie viel Glück haben wir denn haben? Wir fahren auch schon wieder so viel jetzt. Wir machen nur die Ressourcenpunkte, ist ja klar, ne? Für die Regelmoreänderung. Für kommende war feinlich. Zu 99% kommende Regelmoreänderung. Vielleicht aber trotzdem, damit wir von mal... Ah, ne, ne, das mach ich doch lieber nicht so. Ähm... Noch irgendwas vergessen? Komponenten, lass mal gucken. Wie sehen die aus? Ah, die haben wir ja erst... Das ist schon ein bisschen älter, Energiespeicher, aber ich denke, der geht noch. Und das andere geht sowieso noch. Und das meiste ist neu, und auch das geht gut noch. Das ist halt das Älteste, mit 49%, aber der Energiespeicher sollte noch gehen. Aber je länger, je weniger wird damit fahren, umso besser für den zweiten dann, ne? Deswegen würde ich den noch ein Rennen auf ihn verfahren lassen. Und dann können wir jetzt endlich in das Qualifying rein. Erstmal gibt es jetzt die Ressourcenpunkte noch. Bestimmt über 800 wieder, schätze ich. Ja, 809. Was ist mit... Ja gut, immerhin mal wieder ein bisschen mehr. Also fast 400 ist doch ganz okay. Aber erstaunlich, denn der Ressourcenpunkt ist gar nicht mehr so gut, aber seine Leistung nach der Strecke sieht bärenstark. Ich hab da immer das Gefühl, das hat immer was damit zu tun, wie gut, wie schlecht man dabei ist. Aber nein, anscheinend nicht. Also falls ich Wuzzle, sage ich schon mal, doch nächste Saison nicht mehr habe, also falls ich ihn doch ersetzen möchte, dann könnt ihr euch darauf hingewiesen sein, dass... dass das nicht von seiner Leistung liegt. Das liegt auf gar kein Fall an seiner Leistung, da ist er bärenstark. Aber halt einfach, weil ich immer so ein bisschen Chaos wie ein Fahrer mag, sozusagen. Aber vielleicht kann ich mir zumindest noch 15 für nächste Saison ihn zu behalten. Wenn er selbst möchte. Ich meine, da hat überhaupt keinen Einfluss. Ich meine, wenn ich ihn wollen würde, klar. Aber wenn er dann ablehnt, dann kann ich dafür natürlich nichts. Aber es wäre nochmal so eine kleine Warnung. Heils, liegt es nicht auf seiner Leistung auf jeden Fall. Vorausgesehen, er tut jetzt ab einmal schwächen. Also ein bisschen... Oh! Ah, ich hab mich aus der Seen auch... Jetzt hab ich aus der Seen auch... Jetzt hab ich aus der Seen, Ucon... ...nicht Platz, also nicht langsam gemacht, um Abstand zu kriegen. Na gut, wird von oben gehen, denke ich... Aha! Ah, diese Strecke jetzt, dass wir wieder klarkommen. Erstmal wo's anbremsen ist. Aber wenn man einen netten Windschaden zu bekommen... Das Auto bremst aber auch ganz schön... ...hart, wenn man einmal bremst. Echt unglaublich. Bei meiner Redbook-Karriere, die ich da für mich alleine hab, da kann man die Redbook so in die Kurven reinbrettern, wie zu spielbremsen. Oder da kann man so spielbremsen, wie man will, und das Auto bremst trotzdem so, wie man bremsen soll. Aber wenn man hier bremst, dann fährt das Auto... ...bremst das Auto automatisch deutlich ab. Das ist ein bisschen kumel, warum das bei meinem Team grad so ist, und bei der Fahrrad keine renne. Weiß ich, das war letztes Spiel. Boah, jetzt hab ich den auch noch... ...vom Jahr... ...wird auch noch ein bisschen Zeit kosten jetzt. Ist der Außen vorbei, mein Ibrunner auf der Qualify-Runde? Und wie? Außenrum vorbei! Und das in der Qualify-Runde. Hat mir nicht mal zu viel Zeit gekostet, würde ich sagen. Mit 37... Ist das schlimm? Ich glaub, die beste Runde bisher lag bei... ...deutlich langsamer. Äh, ist die gleiche... Es ist sogar noch ein bisschen höher als Österreich, die KI, ne? Also, wenn das jetzt auf einmal... ...zu gut ist, immer noch, ähm... ...dann, ja... Kann man nur sagen, Codemaster ist gut gemacht mit der KI, du, ne? Na gut, acht Zehntel, okay. Man muss sagen, unser Auto ist auch deutlich überlegen... ...und dabei war Wuzzle noch nicht mal dabei, ja. Also... Kann man sagen... Und die Runde war aber... Aber die Runde war halt noch nicht perfekt, ne? Also, wenn das jetzt trotzdem vor Wuzzle schon reif, dann... Oh... Ah, ne tut's, ah, ne, nicht mal an, ja. Neun Zehntel, ja, okay. Das ne... Ah, okay, okay. Ist doch nicht zu gut. Okay. Sehr gut. Ich denke, aber es reicht von... Oh, ich weiß nicht. Reicht das von mit Platz 6? Ich bin ja deutlicher, ja, ich bin deutlicher. Aber Leclerc ist halt dann dahinter. Oh... Schwierig, wieder das herauszufinden jetzt. Mal rausfahren oder nicht? Wie schnell werden das... Werden denn die Reifen? Vier Zehntel... Boah... Und wenn das jetzt nicht reicht, ne, dann ärgere ich mich selbst. Aber es ist schon... Über ne Sekunde... Naja, ich fahr. Mit Gebrauchten aber. Da tue ich jetzt keinem nichts anmachen, also... Einfach auf die Strecke fahren, um einfach auch, dass die KI nicht... Zu Zeiten simuliert. Das ist das Problem nämlich dabei. Warum bin ich nur in 7. Uhr? Ach, PS3 würde ich schon gerne schnell überholen wollen. Ah... Ich will den schnell hinter mich haben. Ah, ne, dann nicht. Dann nicht. Ja, PS3? Der ist Red Bull, oder was? Habst du das gerade richtig gesehen? Habst du das gerade richtig gesehen? PS3? Hab ich gerade gewonnen? PS3 und Red Bull? Was war... Alter! Ich hab's doch gesagt! Die haben Tick dem rausgeschmissen. Ich hab's doch gesagt! Aber dass die PS3 es nehmen... Ja gut. Das ist ne gute Idee. Ist das schon weit mehr nicht. Ich würde sagen, das ist noch so ne viel Entfaltung jetzt. Aber... Mal sehen. Also... Schlechte Anstände als Tick dem kann das zumindest mal nicht, denke ich. Er kann nur besser sein. Oder genauso Mist. Aber auch mit diesen Reifen geht's sogar wirklich noch etwas. Aber wenn's halt nur Gebrauchte sind. Und es waren nur ein paar Fehler dabei. Klar, deswegen geht ohne was. Es sind auch nur gebrauchte Reifen. Da geht schon denke ich noch einiges mehr, wenn's die Frische wären. Wenn's halt mal hatte ich auch noch was mit Ocon. Jetzt kann ich aber gleich mehr herausfinden, wie viel Zeit das wirklich gekostet hat. Dass ich ihn da ausüberholen musste. Oh ja. Das hat schon viel Zeit gekostet, würde ich sagen. Aber viel. Es waren nur gebrauchte Reifen. Aber es wird nochmal eine Verbesserung. Die hätte ich schon gar nicht mehr gebraucht oder so. Ja, aber das kann sich schon mal sehen lassen. Für gebrauchte Reifen nochmal. Und Platz 2 sogar. Hinter Wassel damit. Aber der hatte auch einen ganz schönen Furchtpunkt wieder. Und es waren nur vier Zittel Verbesserungen. Neun Zittel war's vorhin. Ja, aber das ist okay. Es waren gebrauchte Reifen nochmal. Und PS3... ...stellt sich vielleicht mal besser. Ich mein, Verstappen war jetzt auch nur Sechster. Also, war's sehen. Gibt's hier noch irgendeine andere Überrauffung? Tick der, tick der bei Alpha Romeo. Also der ist in der Form eines geblieben. Nur ist in einem Underdog-Auto mehr oder weniger. Und ist schon gleich mal der Vorletzer geworden. Und wurde von seinem Team Glück und Bottas Kumpel zerstört. Der ist zwar auch raus. Aber eine halbe Sekunde ist trotzdem eine Welt. Wieder. Also, ja. Ähm. Noch eine irgendeine Überrauffung, wie anders jetzt ist. Äh, ne. Ich glaub die haben nur... Aber Alpha Romeo, wer fu... Ach, PS3 und Tick dem haben getaucht. Ah, ja. Auf der Flue einfach rum. Bestimmt. Okay, dann wird's wahrscheinlich nichts anderes an Änderungen geben. Aber warum die überhaupt Tick dem geholt haben? Gut, PS3 muss man sagen, der hat sich schon eine halbe Sekunde hinter sich. Der ist zwar irgendwie immer noch Rookie jetzt. Aber... Oder fuhr der schon letzte Saison? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall... Ja, der hat immerhin jetzt schon ein bisschen Erfahrung vielleicht. Weil er schon eine halbe Sekunde definitiv gefahren ist. Aber... Aber... Tick dem, der war ja komplett vorne vom zwei kleinen Red Bull. Also... 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 Peacetree ist jetzt nicht so ganz clever. Aber ich denke, schlechter als PS... Tick dem kann der schon mal nicht sein. Er kann nur besser sein. Er kann nur besser sein. Er hat gesagt, dass man ihn in dieser Saisonhälfte rausschmeißt. Er hat sich absolut nicht verdient dort zu fahren. Muss man ganz klar so knall sagen. Und PS3 ist witzigerweise wieder vor mir. Jetzt. Wie von dem zweiten Wandel von 2.1. Das hat ja wieder ein bisschen zu wenig Platz gelassen, oder? Auch wenn PS3 halt Westpul fährt, aber... PS3 ist halt wirklich nicht unbedingt zu schnell. Ja... Da ist... Ich bin schon fast dran an ihm. Ja... Wie er so dumm gemacht. Oh Mann... Ich bin aber auch zu blöd gerade. Ich denke immer, das ist ein guter Abstand. Aber ich denke daran, dass immer langsamer da fuhren ist. Mehr oder weniger. Und... Dann auch, dass mein Auto zu überlegen ist, natürlich. Ja... Okay... Dann fiel gleich vorbei schon. Hier fiel vorbei. Ich bin jetzt sogar noch schneller aufgeschlossen, als ich... Anno Konfu hin. Aber das ist ne scheiß Wunde von ihm. Oder meine ich übermächtig gut. Oh Mann... Im letzten Sektor wird er mir wieder... Im Weg stehen... Fett sich jetzt. Hier noch nicht. Aber jetzt. Jetzt in dieser Kurve. Was? Ja... Außen hier? Ja! Außen hier vorbei! Boah, Alter! Als ob der parken würde. Das ist ja unglaublich einfach. Tut mir leid, dass ich die Zeit gekoste habe. Aber du hast mir auch Zeit gekoste, würde ich sagen. Aber es war wirklich ne federfreie Runde. Und das Duell war auch ganz gut jetzt. Also ich hab... Ich hab dich überholt. Der war so weit hinter mir. Also was... Ist das für ne Runde... Alter ne 1... 29... 8... What? Boah! Was hab ich denn vorhin für ne Runde? Das war doch bestimmt deutlich langsamer. Sieh wir mal so frische Reifen ausmachen. Dann noch ne spätere Sektor, wo die Strecke besser ist. Und wenn man unter ne federfreie Runde hinbekommt. Und dabei hab ich... Oder hat es keine Zeit gegen PS3 gekostet. Keine Ahnung. Aber... Ja... 5 Zehntel bin ich langsamer. Also ich glaub der letzte Sektor hat mir schon bisschen was gekostet. Aber die anderen beiden gehören mir. Ah... Das könnte ich wirklich schon reifen. Also ich bin nah dran an Wasser. Was auch nicht immer selbstverständlich war. Also im Q1 zumindest. Ah... Aber dann haben wir halt wieder... Ah... Ich riskiere es jetzt. Wenn es nicht gut geht geht es nicht gut. Ich denke ich kann mich durchs Feld flügen. Mit diesem überlegenden Auto. Aber ich will es einfach mal riskieren. Oh das hat... Ja easy gereift. Das war mir so klar. Das war mir doch so glatt. PS3 aber... Ja... Ey unglaublich. Der sitzt zum ersten mal in diesem Auto. Schafft es auf Anhieb. Auch wenn knapp muss man sagen. In Q3. Aber er schafft es überhaupt. Und TickDim hat es in keinem seiner Rennen Qualifans jemals in Q3 geschafft. Also... Da ist PS3 jetzt schon mal besser als er. Im Qualifan zumindest. Also... Ja... Unglaublich. Es sind nur noch 10 mit mir halt. Also 9 andere. Das werde ich da irgendwie mal hinbekommen. Mal nicht irgendwie zu nah an jemanden dran zu sein. Come on. Das muss doch wohl gehen. Wenn das jetzt nicht geht. Dann drehe ich durch. Aber jetzt habe ich glaube ich niemanden gefunden. Also nach vorne sehe ich jemanden. Aber der ist wirklich sehr sehr weit weg. Also... Und wenn das mal nicht PS3 ist. Sondern vielleicht mein Team Glück im besten Fall ist. Aber dann werde ich auf den eh nicht drauf kommen. Ah ne. Das ist Mercedes. Mein Team Glück ist dann noch davor. Ich denke das ist guten Furchtpunkt. Ich denke kaum dass... Obwohl... Ein bisschen Abfreisen drossen lassen. Ein bisschen Schwung auch noch holen. So jetzt aber. Also wenn ich auf den Mercedes jetzt noch ankomme. Aufschließe. Dann lese ich wohl nicht mehr weiter. Ist ja auch kein PS3. Ist ja jetzt... Nein. Jetzt kommt der FK. Ah ok. Dann macht er Platz. Wenigstens. Das war gut. Wahrnehmung. Danke. Los. Mensch. Aus. Schlimm. Nehm. Nehm. Das ist Schlager. Zeich. Die Musik. Wer hat eine Musik ausgeschmissen. Es muss ein bisschen schneller gewesen sein. Gehe ich mal davon aus zumindest. Ich habe die innere Linie, innere, als ich sie genommen hätte, ganz gerne. Jetzt ohne PS3 mal. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Runde. Fehlerfrei würde ich sagen. Und auch ohne Verkehr diesmal. Und das reicht. Für die Bestzeit, what? Für was? Oh meine Güte. Geiles Ding. Das war aber echt eine Traumrunde. Die war auch nochmal vier Zehntel oder so. Ne, drei Zehntel schneller als in Q2. Was auch zeigt, dass die Runde wirklich schon Wahnsinn war. Oh, aber Leclerc, der kann uns sogar ärgern. Der war aber sogar... Alter, im ersten! Was habe ich dir da so viel besser als die anderen gemacht? Der verlief im zweiten und dritten wieder. War es abhin am Ende vorne. Okay, nehmt mal mit. Krass! Aber sogar Leclerc kann so ein Fan ärgern diesmal. Oder Wazzle, äh... Da habe ich noch etwas Sorgen, dass Wazzle vielleicht auch nicht eine optimale Runde hatte. Im ersten Sektor zumindest. Im Mittelsektor und letzten besteht, glaube ich, kein Zweifel, dass es eine perfekte war. Aber im ersten Mal, wenn ich aber vielleicht ein Fehler drin hatte. Das könnte natürlich dann nur seine... vielleicht hinter meiner Bestzeit erklären. Ich bin der Letzte, der wieder um die Linie geht, natürlich. Mal sehen, ob Wazzle sich nochmal steigern kann. Sonst könnte es die Pole sein. Oder Leclerc kann sich steigern. Oder den Andro, seien es Verstappen. Wer weiß, wie weit die weg waren. Aber meine muss halt auch noch bar perfekt werden, denke ich. Bestimmt werde ich sie verbessern. Vielleicht. Oh nein! Biefen weit raus hat ein Biefen was gekostet, aber es ist nicht so tragisch. Ja, ich bin zu langsam. Ja, der erste Sektor war nicht top. Der war nicht perfekt. Drei Ziertel fach ich dann. Ob ich die aufhau, weiß ich nicht. Das könnte es gewesen sein. Dann muss ich nur hoffen, dass die sich nicht verbessern. Ich werde trotzdem auch meine beim Beste geben in der Runde. Und dann hoffen, dass die doch noch ein bisschen schneller wird. Oh ja! Habe sogar wirklich was aufgeholt jetzt. In diesen Kurven. Mini etwas. Was? Es sind nur zwei Zehnte. Oder naja, nicht immer ganz, ne. Ne, doch drei Zehnte. Ey, was ist das mit dem Top Speed doch einmal? Es war die Pool. Das ist die Pool. Das ist doch die Pool schon sogar. Haben sich nicht mehr verbessert. Aber wir werden schon nicht verbessern. Das war viel zu schlecht die Runde. Aber es ist die Pool. Niemand hat sich verbessert. Also. Wow. War aber echt ne gute Runde die erste. Es war echt ne super Runde die erste. Also, hab ich schon gedacht, dass... Da wird nicht viel mehr drin sein, hab ich schon gedacht. Also, das war echt ne sehr gute Runde. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Goldjunge, Leclerc und George Russell. Damit ist das Qualifying rum. Aber keine Sorge, wir sind bon zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Also, es sieht so aus, als ob die Ferrari uns heute ärgern könnten. Es sieht so aus. Aber das wird sich halt dann zeigen. Aber. Trotzdem. Sehr schön so. Aber auf jeden Fall werden wir nur die Ferrari ergeben können. Verstappen ist dann doch ein bisschen zu weg. Und die anderen. Und was hat Liam gemacht. Äh. Quatsch. Was hat Oskar gemacht? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er so mal einen Q3 gefahren. Hat er keine perfekte Runde erwischt. Man weiß es ja nicht. Also Russell war nicht sogar auf 2. Das war schon ne Überraschung. Das ist sogar Leclerc. Sogar noch vor Russell ist. Aber meiner Meinung war echt perfekt. Also verstanden. Sogar noch muss man sehen. Idem zum Beispiel. Idem zum Beispiel. Tag. Und hier. Ich muss erinnern. Bis zum Beispiel. Tag. Tag. so okay ich muss mal kurz was holen okay okay das war's jetzt wie gesagt für die funkstille oder für die stille grad aber das war's jetzt oh ja auf dem regensaison auch das geht noch interessant an das oh ja okay dann aber jetzt bis zum nächsten mal beim rennen dann mit mal sehen mit regen mit nicht regen mal sehen bis zum nächsten mal und